Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Wir beeilen uns. Nicht mehr zurücksehen. Los, mir nach. Und vorsichtig mit diesem Ei. Wenn es kaputt geht, wäre das gar nicht schön. Ich weiß nicht, ob diese Sache auch gut geht. Was ist, wenn die Schnellschnapper-Mutter uns fressen will? Lassen wir doch die Eier hier und laufen weg. Wir sind zu dicht, zu dicht am großen Tal. Unserem Zuhause. Sie rollt sie garantiert zu uns zurück. Lauft nicht davon. Wir schaffen schon. Oder habt ihr Angst? Angst? Ich habe keine Angst. Hast du Angst, Dussel? Naja, vielleicht. Ich meine, nein, ich habe keine Angst. Schön. Dann machen wir uns an die Eierarbeit. Das war die Eierarbeit. Ja, habe ich gewählt. Die Eier presentiert uns! Ephesiens .